Musik Kendi Lifetime-Mübel hat sich dieses Jahr zur Messe die Aufgabe gestellt, den Sitzkomfort grundsätzlich über unseren Standard hinaus zu verbessern. Wir haben hier das Modell Moreno, hier haben wir ein Sandwich-Bauweiser aufgebaut mit einer Daunen-Auflage obendrauf, um den Launch-Charakter für den Endkunden bessere Forderungen zu stellen. Das heißt, der Kunde kann sich dementsprechend hier reinlegen, reinsetzen und hat gleichzeitig ein Typ-Programm, um alle Varianten Möglichkeiten zu zeigen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017